Willkommen zurück Leute! Ja, endlich mal wieder Luft jetzt bei! Und gleich ein Kampf, super! Ok, ich weiß noch sogar wo wir stehen geblieben sind. Wir sind auf dem Weg, den K. ein bisschen unter die Arme zu greifen. Huhu! Weil der ja versucht, den einen Brünsel unter die Arme zu greifen, super! Wir sind immer noch zu dritt! Na, ganz toll! Und es sieht sehr viel ab! Juhu! Ach ja, ich liebe es! Oh! Super! Ja! Ist das jetzt ein Kalter gewesen oder wie? Ach komm! Ähm, Moment mal! Habe ich mit dem jetzt angegriffen oder gezaubert? Äh, da, 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 da! Wir haben einen Sturm aus! Knutball geht eigentlich, habe ich festgestellt! Oh! Ja, kann man lassen! Na, um eins! Habe ich es nicht runter bekommen! Ok, wieviel zieht Knutball auf Einzelnen ab? Oh ja! Das kann man sehen lassen! Das ist schön! Guten! Ah! Ich kenne mich wirklich gar nicht aus! Nordkotten! Huh! Safe Point! Das ist schon mal gut! Safe... Und Safe... Point ist, da kann... Wenn ich den Bosskampf auch nicht mal so weit weg sein normalerweise... Huh! 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 Ups! 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 Wie tief? Hahaha! Wir können nun für immer Abschied nehmen! Wie bitte? Ich habe meinen Fluchtsauber blockiert! Ihr könnt mir nicht inkommen! Oh! Oh! Ah! Äh! Ne! Ich bin schört! Wumme! Jawoll! Sturm... Klubball! Aua! Oh ja! Die ziehen schon ein bisschen was ab! Ähm! Die ziehen was ab! Ah! Oh! Ah! Ah! Das ist auch genug! Meine Fresse! Ah! Ah! Geht's doch nicht immer auf Tier! Das ist doch zum Kotzen, ey! Busch! Klubball! Verbrenn sie! Ah! Selan! Oh! 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 400 Erfahrungspunkte! Ihr könnt also kämpfen! Wie wär's denn mit diesem Monster? Oh! Nicht schon wieder was! Stark! Machen wir allgemein mal! Okay, du kannst! Was? Ha! Ha! Äh! G-Gelähmt! Was soll denn der Rotz? Die kommt doch dann nicht mehr raus, oder wie? Ähm! Jetzt Moment mal! Ha! 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 Das heilt ja sehr viel! Ich brauche noch einen Heilzauber! Ah! Was mache ich denn? Wer ist denn ein Trottl denn?! Äh! Du bist ein Trottl! Ah! Äh! Ich bin ein Trottl! Ach, das ist doch... Was macht denn der erhöht die Armhüffkraft? Wie hat sie denn schon... Ich kann auch nicht... Oh. Die sind doch... Wie sind es schnell, die Jungs? AAH! AAH! Verdammte Scheiße! Okay. Ich muss unbedingt Selan jetzt wieder... her holen Prozent Halt Lähmungen wenn ich jetzt noch gelähmt werde das vorbei dann ist die Mauer ich bin fast tot jetzt geht es aber los Zeeland ist wieder bei uns dann würde ich muss sagen oder hoffen Lebensmächte Heiltrunk den brauchen wir und du musst auch stark machen die hauen ja gerade mal richtig rein 100 die ist wieder fast voll stark die 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 skimmer troll gottet rollt mich voll hoho what wird es stark auf die beiden und du probierst den Glutball, oh Gott, oh Gott, das sind meine Nerven, ach du scheiße, 130 Eisbombe, was macht ein Glutball, oh hallelujah, das ist ein Traum, aber wir haben noch genau, da macht die gleiche nochmal Glutball, das ist blöd, dass die lernen können, die Dinger, in der Vollkacke, oh se dann, jawohl, amüsant, ihr könnt aber nicht gewinnen, ich bin unschlagbar, haha, was machen wir, Tommy, die Schlacht scheint nicht denten zu wollen, verflixt, hahaha, was ist hier so lustig, hä, Digger, wer oder was bist du, hast du dir diesen kritischen Druck ausgedacht, genug jetzt, ich will mir eure Beleidigung nicht mehr anhören müssen, nehmt das, what the fuck, ne, schon wieder diese ätzenden Typen, hallelujah, warum kommst du nicht selbst hier und kämpfst mit uns, bist du solch eine Memme, hm, jetzt scheint es euch, was, hm, euch jetzt schon zu erledigen, wäre viel zu langweilig, ja, das ist eine feige Sau hier, oh, perfekt, äh, hey Tommy, du bist schon hier, du musst vorher an mir vorbeigelaufen sein, ja, das war jetzt noch kein richtiger Kampf, oder, ich bin noch topfit, alles in Ordnung, mir scheint es wunderbar, äh, ich kann nicht mehr lesen, mir geht es wunderbar, äh, scheiße, die, äh, danke, aber es ist meine Schuld, dass ihr so viel Ärger hattet, du hast, hast das für dein Land und dein Volk getan, jeder hätte sich nicht jeder, das hätte sich nicht jeder getraut, es ist aber mal gut, gut hier, aber ich konnte nichts tun, du musst doch ein wenig üben, dann wirst du ein guter Schwerkämpfer, Digger, willst du mir die Schwerkunst beibringen, selbstverständlich, oh, wunderbar, das erfüllt mich mit großer Freude, sollen wir zurück in das Schloss, ja, gehen wir, und ist das, äh, hier alleine, Tommy, ich bringe den Prinz zurück ins Schloss, wir hätten Idura niemals laufen lassen dürfen, er wird wiederkommen, ja, ich werde mich später schon noch um ihn kümmern, wir sollten ihm im Schloss weiterreden, sicher, vielleicht ist er nicht so dumm, wie wir uns gedacht haben, ja, vielleicht, Tommy, du hast es gesehen, weiß noch, wie man die Tür im nächsten Raum öffnet, schiebe den Pfahl nach oben auf den Schalter, ah ja, vielen Dank, oh Gott, wie kann man doch sowas vergessen, es ist halt ein wenig vergesslich, was, pff, er ist halt ein wenig vergesslich, was soll's, er kümmert sich aber gut um Prinz Rocco, stimmt, diesmal vertraut ihm der Prinz auch so sehr, das ist beeindruckend, ach, du bist eine beeindruckende Person, Siehlan, hi, hi, vielen Dank, Tommy, bitteschön, lass uns nach Russkalk-Tab-Halb gehen, komm mal da, Zauber, äh, Zauber, 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 Flucht, hui, 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 perfekt, ah, Kampfhurg, ähm, heilen, hey, oh, ja, geht er, die, 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 perfekt, perfekt, ah, oh, Dommi, ich hab schon auf dich gewartet, äh, äh, okay, da, lass mal im Cliffhanger bleiben. Ich würde sagen, ich beende die Aufnahme und dieses Text mal wieder. Ciao!